Wir haben wochenlang umgebaut. Wir haben gebohrt, installiert, gestrichen, geschraubt. Wir haben eine moderne, professionelle Einkaufsatmosphäre geschaffen und unser Produktsortiment erweitert, damit Sie genau das finden, was Sie suchen. Für einen Elektrofachmarkt, wie es ihn in unserer Region noch nie gab. Für ein einzigartiges Einkaufserlebnis in der Vulkaneifel. Für Sie, Tele-Ropa, kompetent, zuverlässig, regional. Ich bin überrascht, ich bin begeistert. Ich bin auch sehr erfreut darüber, dass es diesen Markt gibt, weil es für uns als Stadtdaun außerordentlich wichtig ist, einen interessanten, einen breiten Branchenmix zu haben. Auf 400 Quadratmetern erwartet Sie eine große Vielfalt an modernster Unterhaltungselektronik. Mobilfunk, Haushaltsgeräten und Zubehör – immer zu den besten Preisen. Unsere Mitarbeiter beraten, riefern, installieren und reparieren. Weil Sie es können. Und weil Sie es gerne tun, für Sie da zu sein. Probieren Sie es aus. Das neue Einkaufsgefühl im modernsten Tele-Ropa-Markt. Tele-Ropa – Ihr Elektrofachmarkt in Daun. Kompetent, zuverlässig, regional. Kompetent, zuverlässig, regional. Untertitelung des ZDF, 2020